Ja, willkommen zu einer kleinen Einführung in Explain Everything mit dem Schwerpunkt auf die Videoerstellung. Ich habe hierbei zwei Aufnahmen laufen. Zum einen sehen Sie die Aufnahme so wie ich sie sehe, das heißt den Bildschirm meines iPads und Sie sehen auch parallel überlagert, werde ich das dann einblenden, das Video, was dann durch Explain Everything erzeugt wird. Zunächst möchte ich aber die Menüleisten kurz erklären. Sie sehen hier links die ganzen Tools, die ich benutzen kann, um zum Beispiel zu schreiben, ich habe hierbei die Auswahl zwischen einem Filzstift und einem Bleistift. Ich kann unterschiedliche Dicken benutzen. Ich habe einen Textmarker, Radiergummi, ich kann verschiedene Formen einfügen, Texte kann ich einfügen, Texte kann ich einfügen und ich kann, und das werde ich jetzt auch gleich tun, eine Datei importieren, die ich zum Beispiel über meine Dropbox beziehen kann. Ich verwende Explain Everything hauptsächlich in meiner Grundlagenvorlesung zur Bauphysik. Da möchte ich jetzt einfach mal das Aufgabenheft, beziehungsweise nur ein oder zwei Seiten importieren. Es wird dann hier angezeigt, alle Seiten. Ich möchte jetzt aber gar nicht alle Seiten importieren, sondern möchte mich nur mal auf eine Aufgabe stürzen, dass Sie grundsätzlich sehen, wie das funktioniert. Und das importiere ich jetzt hier ausnahmsweise mal zur aktuellen Folie. So, jetzt sehen wir hier auch schon eine Seite. Dahinter versteckt sich die andere. Das ist natürlich jetzt etwas klein, aber über den Zoom sprechen wir dann gleich. Das heißt, ich nutze Explain Everything in einzelnen Grundlagenmodulen bislang einzig als Notizblock beziehungsweise Whiteboard Ich kann auch PDFs erzeugen später und möchte das demnächst auch ausweiten, da ich das ja live aufzeichnen kann zu einer Videodokumentation der Vorlesung. Und wenn ich das tun möchte, kann ich im oberen Feld hier sehe ich das, das ist die Videobearbeitung Ich habe den Ton ausgeschaltet, weil ich das mit einem separaten Mikrofon aufnehme und ich kann jetzt die Aufzeichnung starten Der Timer läuft und ich kann jetzt ganz normal weiterschreiben Ich wähle jetzt mal eine andere Farbe aus Das heißt, ich möchte Vorlesungen dokumentieren Ich möchte Versuche Filmen Und das Ganze in den OLAT-Kurs einbinden Und das funktioniert sehr gut mit Explain Everything Aus meiner Sicht Wobei ich das erst seit ein paar Wochen verwende Ich kann jetzt auch mal größer an die Aufgaben rangehen Wir sehen zwei Zoom-Optionen Das obere Feld verschiebt nur den Ausschnitt, der gefilmt wird Der ist rot umrandet Und ich kann aber auch in dem gefilmten Ausschnitt heranzoomen Ich kann also jetzt zum Beispiel an meine Aufgabe heranzoomen Aufgabe 1 Ich kann jetzt entsprechend Nehmen wir mal den Bleistift Auch wenn das hier vielleicht nicht so viel Sinn macht Entsprechende Erklärungen vornehmen Ich kann sagen hier Das Material Ist jetzt Kalksandstein zum Beispiel Warum ist es Kalksandstein? Ich habe davor eine entsprechende Wärmedämmung Das heißt, ich kann in den Aufgaben erklären Gleichzeitig wird gefilmt Ich kann dann auch wieder den Zoom-Ausschnitt verändern Und kann dann hier zum Beispiel in die Bearbeitung gehen Sie sehen jetzt hier Ich kann auch mit einem Laserpointer arbeiten Ich sehe hier die konkreten Aufgabenstellungen Hier eine kurze Erklärung dazu Und dann bearbeiten die Studierende das Ich fasse das dann zusammen Das heißt, hier unten kommt dann Na, das ist der falsche Stift Kommt dann die entsprechende Lösung So, der Ausschnitt ist was groß Zoomen wir es nochmal ran Das heißt, aus meiner Sicht Ist Explain Everything sehr gut geeignet Um entsprechende Live-Mitschnitte zu erstellen Aber auch zu Hause Entsprechende Erklärvideos zum Beispiel vorzubereiten Die Tutorials sind sehr vielseitig Die angeboten werden Bei YouTube zum Beispiel Sodass die Software auch sehr schnell Selbst erlernt werden kann Also dann wird er ein bisschen aus